Moin! Willkommen am Bahnhof in Neustadt an der Weinstraße. Dieser Bahnhof liegt an der Strecke von Mannheim nach Saarbrücken. Außerdem kann man von hier in Richtung Karlsruhe fahren. Gerade fährt ein Regionalexpress in Richtung Kaiserslautern und Koblenz aus. Die Züge der S-Bahn Rhein-Neckar fahren in der einen Richtung bis Kaiserslautern und teilweise auch bis Homburg an der Saar. In der Gegenrichtung fahren sie nach Mannheim und Moosbach bzw. Osterburken. Dabei kann man beobachten, dass die Züge in Neustadt verstärkt werden. Die Züge der S-Bahn Rhein-Neckar fahren. Die Züge der S-Bahn Rhein-Neckar fahren. Die Züge der S-Bahn Rhein-Neckar fahren. Die Züge der S-Bahn-S 수도 flвиг . Kaiserslautern... Atme Tisodern... Der GUMM-Kraiesel... ... Eine S-Bahn bei der Ausfahrt nach Kaiserslautern. Von der Allbahn Haasstraße aus kann man gut den Zugverkehr am östlichen Ende des Bahnhofs beobachten. Ein RE aus Mannheim fährt an dem markanten Brückenstellwerk vorbei. Hier fährt eine Regionalbahn nach Karlsruhe. Die Ausfahrt nach Kaiserslautern. Die Ausfahrt nach Kaiserslautern. Die Ausfahrt nach Kaiserslautern. Die Ausfahrt nach Kaiserslautern Der Stoppage Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Regionalbahn nach Bad Dürkheim fährt aus, zusammen mit einem RE nach Mannheim. Ihnen begegnet ein RE aus Karlsruhe. Hier ist es eine große Herausforderung. Hier ist es eine große Herausforderung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Nun stehen wir westlich des Bahnhofs. Eine S-Bahn aus Kaiserslautern fährt ein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Schranken des Bahnübergangs an der Straße Steingleis werden nicht immer beachtet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Damit sage ich für heute Tschüß und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.